Herzlich willkommen beim Wetter, das heute Vormittag in weiten Teilen des Landes noch recht trüb war. Die Sonne, die konnte sich erst am Nachmittag nach und nach durchsetzen. Die Stimmung war aber eine durchaus interessante, wie hier in Bezau im Bregenzer Wald. Am frühen Vormittag, da war es hier irgendwie spätherbstlich angehaucht. Dass wir uns in der eigentlich kältesten Jahreszeit befinden, das lässt sich nur mit einem Blick auf die Berge erahnen. Und auch in den kommenden Tagen, da ist nichts los mit Winterwetter. Im Gegenteil, Mitte nächster Woche wird es Plusgrade im zweistelligen Bereich geben. Verantwortlich dafür ist dieses Hoch, das uns heute Nachmittag erreicht hat. Es bringt milde und trockene Luftmassen ins Land. Schon morgen Vormittag überwiegt somit der Sonnenschein nur im Rheintrall und Bodensee. Da kann der Hochnebel sehr zäh sein. Am Nachmittag mischen dann im ganzen Land ein paar Schleierwolken mit. In Summe gibt es aber perfektes Sonntagswetter. Und nach einem frostigen Morgen mit minus 10 Grad am Arlberg, minus 6 in Schrunz, minus 4 in Feldkirch, gibt es untertags wieder milde Werte zwischen 4 und 6 Grad. Auffallend dabei auf 2000 Metern, das sind die Höchstwerte, ident mit jenen in der Landeshauptstadt. Da müssen auch die Kleinsten auf der Piste nicht frieren. Morgen findet ja der Vorarlberger Familien-Skitag statt. Und das Wetter auf den Bergen, das passt. Vor allem am Vormittag, da gibt es strahlenden Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen mehr Wolken auf, die sollten den freundlichen Eindruck, aber nicht wirklich trüben. Der Start in die neue Woche, der wird dann etwas durchwachsen mit höheren Wolken und nur mehr zeitweiligem Sonnenschein. In den typischen Nebelregionen, da bleibt es grau in grau. Aber schon am Dienstag, da warten uns wieder einige Sonnenstunden und Werte bis zu 8 Grad plus. Überwiegend sonnig dann auch der Mittwoch auf der Höhe, da wird es leicht phönig und somit noch etwas milder. Und wenn wir uns den 15-Tage-Trend anschauen, dann hat sich die Frage nach Schnee bis in die Täler oder aber einem Kälteeinbruch erübrigt. Die Temperaturen, die gehen zwar Ende Woche einen Hauch zurück, winterliche Werte, die sehen aber definitiv anders aus. Trotzdem einen schönen Abend, freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen.